Du hast Bock auf ein richtig geiles Team und der Umgang mit Kunden macht dir Spaß. Das trifft sich gut, denn wir bei der Bäckerei Gebler suchen Verstärkung im Verkauf. Hier bist du umgeben von frischen Backwaren, die du unseren Kunden verkaufst. Die bieten dir nicht nur tarifliche Entlohnung, sondern auch zahlreiche Benefits wie eine betriebliche Altersversorgung, Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke, Personalrabatt und vieles mehr. Als regionaler Arbeitgeber haben wir auch eine Filiale in deinem Leben. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, kannst du dich direkt bei Facebook oder Instagram ganz ohne Lebenslauf bewerben. Klicke dazu auf den Link unter dieser Anzeige. Wir freuen uns auf dich!